Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Karte in Thüringen. Wir sammeln das Gras ein und wenn das nebenbei pressen und bedichten, dann legen wir los. Wir machen ein bisschen Solage und noch später das Verkaufen. Das ist die erste Einnahmequelle, die wir haben. Und dann schauen wir weiter. Ich nehme alles mit, nicht so schön. Jedenfalls kriegen wir einige Ladungen zusammen. Und dann können wir schon ganz gut Geld verdienen. Wenn es in den Gerd ist, am nächsten Tag wahrscheinlich. Wenn es wieder reinbekommen oder halt verkaufen. Ich nehme Scheune. Mal schauen. Verstehen. So gar nicht. Hm. Das ist ja ein Scheiß. Ich muss nur ein Gewicht besorgen. Dann rüberfahren. Riesenberg. Dann kommen wir nochmal rüber. Ja. Schock. Irgendwie... Ach gut, das wird dichtkriegen. Und weil ich keine Geräte kaufen soll verdichten, separat. Aber ich will schon Schiebeschild kaufen. Das ist nicht alles drin. Und dann... Schauen wir mal, dass wir das eine im Feld oder Wiese unterkriegen. Und dann kümmern wir uns da um den Rest. Verdichtung. Oh, hop, 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 hop. So... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mal wird auch bald gesaft. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Vielen Dank. Das Auto von der Straße. 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 Das Auto von der Straße.